je nachdem wie meine stimmung ist und dann spielen vielleicht spielen wir noch dieses squid game ding ja und der enis hat gesagt dankeschön es danke enis für den zap im achten decker es ist bei der der die clips macht also er hat den diesen tiktok account und er hat den youtube account mit den clips und das auch ein hustler so der arbeitet ja auch noch nebenbei wissen ich meine irgendwas fehlt gerade irgendwann musik genau ich wollte schon sagen